Top 5 beste Eiche-Kommoden, entdecke deine perfekte Aufbewahrungslösung. Los 5 Mechores-Kommoden der Robele, der Scuba 2 Solution de Almacinamiento Perfecta. Ich bin begeistert von der Stellar Trading Bobby Kommode in Eiche Synoma Optik, weiß. Das moderne Sideboard bietet viel Stauraum und ist perfekt für meinen Wohnbereich geeignet. Mit einer Größe von 80 x 82 x 35 cm, BHT, passt es in nahezu jeden Raum und ist zudem sehr stabil und hochwertig verarbeitet. Ich liebe das elegante Design und die Kombination aus rustikalem Eichenholz und modernem Weiß. Absolute Empfehlung für alle, die auf der Suche nach einer stilvollen und praktischen Kommode sind. Ich habe die Kommode aus Laminat in Eichenoptik gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie passt perfekt in mein Arbeitszimmer und bietet viel Stauraum für meine Dokumente und Büromaterialien. Die Qualität des Laminats ist sehr hochwertig und sieht aus wie echtes Holz. Der Vertikalauszug funktioniert einwandfrei und die Kanten sind sauber verarbeitet. Ich kann diese Kommode jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer stabilen und stilvollen Aktenschränke ist. Ich liebe diesen Apothekerschrank von WIDA XL. Er sieht nicht nur stilvoll aus, sondern ist auch sehr funktional. Die Ausziehregale bieten viel Platz für meine Töpfe, Pfannen und Küchenutensilien. Außerdem ist er sehr stabil und lässt sich einfach zusammenbauen. Ich bin besonders beeindruckt von der Qualität des Schrankes. Jedes Stück ist aus hochwertigem Holzwerkstoff gefertigt und fühlt sich sehr robust an. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde diesen Schrank jedem empfehlen, der eine schöne und funktionale Aufbewahrungslösung für seine Küche benötigt. Ich kaufte mir den Hocksock Schubladenschrank als zusätzlichen Stauraum für mein Schlafzimmer. Die Kommode mit den drei Schubladen ist nicht nur praktisch, sondern sieht auch sehr gut aus. Der Vintage-braune Look verleiht meinem Zimmer eine gemütliche Atmosphäre. Mit einer Größe von 60 x 40 x 82 cm passt die Kommode auch perfekt in kleine Räume. Die Verarbeitung ist hochwertig und ich hätte keine Bedenken, weitere Möbel von Hocksock zu kaufen. Ich bin mit meinem Kauf sehr zufrieden und empfehle diese Kommode jedem, der auf der Suche nach stilvollem Stauraum ist. Ich habe mir die Kommode Jack in der Farbkombination Weißeiche gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die vier Türen und zwei Schubkästen bieten ausreichend Stauraum für meine Kleidung und die Oberfläche ist groß genug, um einige Deko-Elemente darauf zu platzieren. Die Qualität des Materials und der Verarbeitung ist sehr gut und das Design passt perfekt zu meinem Schlafzimmer. Ich kann die Kommode Jack jedem empfehlen, der eine praktische und stilvolle Aufbewahrungsmöglichkeit sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.